So, starten so viele Spiele online. Ja, guck mal rechts, aber wir sind vielleicht einfach... Oh, zu krass. Ja, musst du nochmal Sprüche klopfen, dann kommt's direkt. Warum heißen wir jetzt Team Circus? Ich kann da... Stand doch gerade eben oben, Timo Kaut. Ja. Also Omid Kaut. Was ist los? Nix. Prost, Junge, geil, Alter. Was 1 Map. Wir verteidigen. Oh, volles Team haben wir. Hello. Ich leg hier ein Barbwire hin, Alter, an die Tür. Und ich nehme eine 1 Gun mit Reichweite. Ja, die sind low level, die gehen wahrscheinlich zum Grün. Achso. Irgendwann ist hier keine Tür im Office. What the fuck? Selber eine Tür. Ich auch nicht. Ja, no jokes. Das ist... Break the rules. Ey. Ja, ich mache die Scheiben kaputt, Alter. Das ist mein Job. Es gibt auch kein Fenster neben dem Free Entrance. Das finde ich auch frech. Hinter mir. Das heißt... Hier Steps und Docks. Mal an dem Föhn. Ah, an dem Vent. Okay. Warte, ist hier auch... Achso, da oben. Ja, hier gibt es einen Föhn. Timo, hast du etwa die Map nicht studiert. Am Föhn, oder was? Pass auf. Bei mir auch, bei mir auch. Ich habe dem gut gegeben, auf jeden Fall. Die haben Neidfischen. Ich habe einen. Die kommen bei mir. Die kommen bei mir ins Office. Ah, okay. Das warst du. Hö, nun. Könnte auch sein, dass die zu Strom durch sind. Bin mir nicht sicher. Also einer. Ja, wir gucken. Hier rechts. Da unten rechts. Wir sind bei Strom. Wir gucken. Da ist einer. Hab ihn. Oh, lol, Alter. Die haben garantiert keine... Ich gucke hinter dir, Timo. Lecker oder so. Oder sind die... Also die haben Neidfischen dabei, auf jeden Fall, aber... Ja, aber die haben ja nichts gebreached. Ich glaube nicht. Aber lass mal Neidfischen snacken gleich da unten. Naja, du musst halt aufpassen. Du hast ja außer... Den einen ja außerhalb. Ah, ja, stimmt. Oh. Philipp snackt sich. Alter. Jetzt habt ihr den gebumst. Alter, ich habe nicht bekommen. Hast du Neidfischen? Nö, ja, ich bin gestorben. Ja, bei dir. Hier. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Die schleichen hinten rum. Oh, ja, ja, ja. Die gehen echt hinten rum. Die müssen... Kötze. Ja, jetzt kann ich nichts mehr looten, weil die Bombe hochgeht stark. So, Keks, Alter. Ich will nur überlegen, ob ich... Ja, ich glaube, ich bleibe in Office erstmal. Nehme einen Modding mit. Ich kicke hier die Tür, Philipp, und bewache Chat. Ist das okay für dich? Ich will noch was, wenn du willst. Okay, ja, okay. Cool. Welche Tür willst du kicken? Hallo. Hallo. Ah, Chillic. Den Bart gesehen. Kann man irgendwie boxen, ne, ne? Moin. Boah, ich hab gerade gedacht, es war eine Person hier, der Vater hilft. Das ist mir. Oh, sorry, das... Wollt ihr... Ah, hier steppst. Wo denn? Hier steppst. Office, Storage. Okay. Storage. Storage. Cotabular. ... ... ... aufgrund all dafür lässt sich doch von der aufgrund alter was jung was ist das für typ level 9 digga und er klebt mich jedes mal übelst weg office coming scheiße ich habe ihn getroffen aber noch glaube ich der eine war gerade gut vorgewirkt hast du ihn getroffen philipp ja ungewohnte rolle für den fried junge bathroom das ist ja krass damit kannst du halt verstecken und dann aus dem hinterhall kommen junge etwas interessant finde ist dieser gang die bombe hat zwei eingänge crazy alte ja wollen wir hier haben wir was wir anee wir verteidigen vielleicht starten die gegner da ja take the barbeier dann lasst mal hier barbeieren ich habe nur ein aber okay mach mal den gang quer das hier meine ich komm mal hier wenn sie da brechen hier guck mal die kommt da raus oder daraus ja nee die können doch auch durch entrants einfach brechen und da fehlt jetzt eine aber passt schon ich bin echt gespannt was sie jetzt mal alter der ist hier aufgesprengt what the fuck ah wenns oder wenns ich nee hier zur lobby ja könnte auch angetauscht als ich bleib hier bei der oh die schießen auch von draußen safety sniper einer ist nach rechts gegangen hey boy bens ist open attention porter behind you bens der typ ab ihn vom haupteingang ich wollte gerade sagen er geht zu vents aber dann ist er es doch nicht junge die vents sind so fucking laut alter ist das unfassbar wo ist hier die eingangstür ich hatte gerade echt ich vulva sind die schon drin es war weiß ja ja ich meine hier bei uns im raum im inneren verteidigungskreis ja in hall sind die ja das ist ja nicht ich meine hier die lobby aber chill down ja ja ich bleibe hier auf meinem spot da hab ihn getroffen ja zum strom kommen hab ihn nochmal getroffen der flasht mich ja wir schaffen es wir haben gewonnen ach mich hat er noch geholt der wichse philipp danke hast mich gerecht alter gekleppt ihr wollt durch die er will durch den vent ist halt auch nicht verkehrt ne durch welchen vent ah ja da oben ist halt so ein ventilator und der wird dann nur kaputt wenn die anderen drauf schießen oder nicht ne wenn man da ne ladung dran legt sniper schreibt er da ah ja ja ok dann gehen wir für docks willst du echt docks gehen ja warum nicht ja weil es halt wir lassen lieber die wall charge für die letzte runde sparen in der bank hä wir nehmen die door charge alter fred ach ihr wollt da ja gut können wir machen ich geh zur server farm mit dem sturmgewehr in server farm wurden wurden sie halt easy weggekleppt ja ich geh ja erst rein kurz nachdem ihr da reingeht weil ihr sterbt da ja sowieso nehm dir ne smoke mit ok wo muss ich nochmal hin hast du dir keine linie gemalt immer der orange linie folgen äh gelb ok hier rechts hier ist einer habt ihr das office gesmoked oder was? das ist so ein querfeuer weggeholt alter bei mir ist ein gegner hab ihn office ist auf jeden fall noch einer ich will da jetzt nicht reingehen ich komm zu euch boah da hinten ich geh doch da rein ich geh doch da rein rechts jungen bei mir alter das ist die reason bei jungen partner ah fuck ich muss halt zur bombe alter alle alle ja ne 38 leben alter ihr habt die alle vorgewärmt ich danke du hast noch 30 sekunden ne ja alter das kann doch nicht wahr sein links war der links war der ich hab ihn ge nein nein ah gut der hatte noch gut viel leben auch ach das wär fast ein ace gewesen alter schwach alter kack aber oah ich glaub das wär so knapp mit der zeit noch gewesen sheesh aber wir brauchen nicht mal shotguns einfach offen hm wo ist nochmal licht ahja da hinten ok deswegen ich geh für storage und äh throw a frag into it äh ich nehm ne charge einer muss nen klecker nehmen ne oh zwei shotkanzler ne stark klepper nehmen den brauchen also charge hab ich klecker muss irgendeiner noch nehmen klecker ist schon jemand hat schon genommen alles klar ich hab jetzt sogar ne zwei genommen ich hab jetzt sogar ne zwei genommen ok es geht los mit dem schabernack ok ich leg die charge oh feuer junge junge philip brennt einfach rein alter geil mein mann licht aus stark er hat mich so inseln weg geholt was der fuck da hinten da hinten ja ich hab leider shotgun junge wo ist denn hier das licht alter ach digger alter er sieht halt mit seiner laterne mehr als ich mit meinem neid sein oh dumm 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 Und drin sind wir. Wir haben keinen Klecker mehr, nix zu weifeln. Ach, wir haben verloren, scheiß. Wir haben nur noch das da. Ja gut. Dann haben wir ja keine Wahl. Ich will alle Steps machen. Boah, das wird eine ganz harte letzte Worte, Philipp. Da machen. Ja, dann kann ich kicken. Ah, schade. Was ist los? Ach, nix. Geben wir beim ersten oder zweiten rein? Gleich. Also beide. Wir haben die gerade komplett, glaube ich, verunsichert. Überall gekickt, wo es ging. Ich baller das weg, Philipp, oder? Oh, links aus der Tür kam was. Boah. Philipp, ich habe noch eine Blendgranate. Mein Gott, hier ist noch einer drin. Ja, der letzte. Wo ist der? Er ist, äh, in Accounting. Der war, der ist hier links hochgelaufen, in die Ecke. Ja, bei mir. Ich habe ihn getroffen, einmal. Links. Geil. Oh, Timo, nur noch die Tür. Wo, äh, mach mir mal den, ich schon den... Hier. What? What's the way? Ah, ja. Oh, Timo, ganz starke Aktion. Haha. Ah, was ein Safe. Alter. Junge, die Runde hatte jeder seinen Moment. Also, dieses Match. Außer Philipp, der war wie immer schlecht. Junge, die Runde hatte. Junge, die Runde hatte. Junge, die Runde hatte.